guten tag heute am 28 september 2020 es ist genau 17 uhr 10 minuten wir haben 29 grad wir haben leichten wind wir haben leichte bis mäßige wellen und wir haben sonne fast sonne pur war kleine wölkchen am himmel es war den ganzen tag schönes wetter höchstwerte heute um 31 grad nachts tiefstwerte um 20 grad ja und soviel ist hier abstand von maspa lo maslos ist es ja fast nicht so gut wir haben jetzt auch schon heute gehen wir mal in die andere richtung ansonsten wenig neues die toyfly hat berichtet dass sie den flugbetrieb für die kanalen wieder aufnehmen möchte ob die reisebahn nun besteht oder auch nicht schon mal ein positives zeichen aber wer kommen möchte kann das auch mit den spanischen fluggesellschaften mit zwischenstopp in barcelona oder mal drücken machen ist manchmal sogar günstiger dauert zwei stunden so ja wir haben in einer stunde wieder errechnet das niedrigwasser deswegen schön zu laufen also So und mit diesen Bildern verabschiede ich mich dann auch wieder für heute und sage bis morgen Asta manana. So und mit diesen Bildern verabschieden.